So reparieren sie ein iPhone, das eine SIM-Karte nicht erkennt. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gesund und habt die glücklichsten Tage. Heute habe ich ein neues Video mit euch, in dem es darum geht, wie man ein iPhone repariert, das die SIM-Karte nicht erkennt. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber bevor ihr euch das Video anschaut, abonniert den Kanal, um alles neue zu erfahren. Nun folgen wir der Erklärung. Haben sie schon einmal die Meldung, SIM-Karte einlegen, SIM-Karte ungültig, oder, keine SIM-Karte installiert, erhalten. Während sie ihr iPhone verwenden, bedeutet das, dass die SIM-Karte auf ihrem iPhone nicht funktioniert? Keine Sorge. Dieses Problem tritt nicht nur bei den neuesten iPhone-Modellen auf. Warum erkennt ihr iPhone die SIM-Karte nicht? Sie fragen sich vielleicht, warum funktioniert meine SIM-Karte nicht? Es gibt mehrere Gründe, warum ihr iPhone diese Fehlermeldungen anzeigen kann. SIM-Karte kann nicht erkannt werden. Manchmal kann ihr iPhone die in ihr Gerät eingelegte SIM-Karte nicht erkennen. Dies kann daran liegen, dass noch keine SIM-Karte vorhanden ist, oder die SIM-Karte entfernt wurde. Es kann auch daran liegen, dass die Software ihres Geräts nicht ordnungsgemäß funktioniert. Mangel. Es kann vorkommen, dass ihr iPhone ihre SIM-Karte aufgrund eines Fehlers der nicht vollständig erklärt werden kann, nicht erkennt. Sperre aktivieren. Dass ihr iPhone ihre SIM-Karte nicht erkennt, kann auch daran liegen, dass das von ihnen verwendete Gerät immer noch mit dem iCloud-Konto einer anderen Person verknüpft ist und die Aktivierungssperre aktiviert ist. Nicht unterstützt. Bei der Frage nach der Ursache des Problems sollten Sie auch berücksichtigen, ob die SIM-Karte in Ihrem Gerät möglicherweise mit Ihrem iPhone funktioniert. Nicht alle SIM-Karten sind gleich. Einige SIM-Karten sind abhängig vom Land, in dem Sie die SIM-Karte gekauft haben. Vom Netzbetreiber gesperrt. Das bedeutet, dass Sie die SIM-Karte, die Sie gekauft haben, nur auf jedem von diesem Mobilfunkanbieter verkauften Telefon verwenden können. Defekt. Wenn die oben genannten Gründe nicht der Grund dafür sind, dass Ihr iPhone Ihre SIM-Karte nicht erkennt, kann es an einem Defekt der SIM-Karte selbst liegen. Dazu müssen Sie sich eine neue SIM-Karte für Ihr iPhone besorgen. So reparieren Sie ein iPhone, das eine SIM-Karte nicht erkennt. Wie können Sie das Problem beheben? Sind Sie so frustriert, dass Sie dazu neigen, Ihr iPhone auf den Tisch zu knallen? Das ist nicht nötig. Es gibt viele Lösungen, um das Problem zu lösen. Dass auf Ihrem iPhone keine SIM-Karte installiert ist. So werden Sie die fehlende SIM-Karte auf dem iPhone los. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte vorhanden ist. Bevor Sie etwas anderes tun, stellen Sie sicher, dass Sie eine SIM-Karte in Ihrem iPhone haben. Aktiver Mobilfunkplan Sie sollten sicherstellen, dass Sie einen aktiven Mobilfunkplan bei Ihrem Mobilfunkanbieter haben. Möglicherweise funktioniert Ihre SIM-Karte aufgrund eines Problems mit Ihrem Mobilfunkanbieter nicht. Sie sollten auch online nach neuen Nachrichten oder Benachrichtigungen in Ihrem Mobilfunktarif suchen. Sollten Sie keine erhalten, sollten Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter wenden und nachfragen, ob Ihr Konto noch aktiv ist. Aktualisieren Sie Ihr iPhone Haben Sie Ihr iPhone auf die neueste Version von iOS aktualisiert? Er sollte. Erfahren Sie mehr darüber, wie ich mein iPhone nach einem Update reparieren kann. Die Warnung, SIM-Karte ist nicht installiert, kann aufgrund eines Treiberfehlers vorliegen. Obwohl Fehler in iOS selten sind, treten Sie dennoch von Zeit zu Zeit auf. Durch die Aktualisierung der neuesten Software für Ihr iPhone können diese Fehler behoben werden. Wieder einschalten Schließen Sie alle Apps und starten Sie Ihr iPhone neu. Durch einen Neustart Ihres Geräts werden Hintergrundprozesse neu gestartet, die möglicherweise Ihre Probleme verursachen. Flugmodus Wenn Ihr iPhone die SIM-Karte nicht liest und sie auch nach dem Neustart Ihres iPhones weiterhin Benachrichtigungen erhalten, sollten Sie als nächstes den Flugmodus aktivieren und dann ausschalten. Dadurch wird die Verbindung Ihres iPhones zu Mobilfunknetzen zurückgesetzt und das Problem kann behoben werden. Aktualisieren Sie die Netzbetreiber-Einstellungen, obwohl Ihr iPhone normalerweise automatisch aktualisiert wird. Wenn Ihr Mobilfunkanbieter seine Systeme ändert, geschieht dies manchmal nicht. Gehen Sie zunächst zu den Einstellungen Ihres Telefons größer als allgemein größer als Info. Wenn ein Update verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, OK, oder, Aktualisieren, auszuwählen. Wenn es ein Update gibt, installieren Sie es unbedingt. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen Auf Ihrem iPhone gibt es Hintergrundeinstellungen, die die Funktionsweise mit der im Gerät eingelegten SIM-Karte ändern. Sie können die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dies führt jedoch auch dazu, dass Ihr iPhone alle WLAN-Netzwerke vergisst, mit denen Sie Ihr Gerät in der Vergangenheit verbunden haben. Um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie zu Einstellungen größer als allgemein größer als Zurücksetzen. Wählen Sie Netzwerkeinstellungen zurücksetzen und geben Sie Ihren Passcode ein. Überprüfen Sie, ob Ihr Telefonkonto gültig ist. Möglicherweise erkennt Ihr iPhone die SIM-Karte nicht, weil Ihr Telefonanbieterkonto ungültig ist. Sie benötigen ein gültiges, aktives Konto bei einem Telefonanbieter, damit Ihr iPhone eine Verbindung zum Netzwerk des Telefonanbieters herstellen kann. Der SIM-Kartenfehler wird Ihnen angezeigt. Wenn Ihr Konto gekündigt oder gesperrt wurde oder ein anderes Problem vorliegt. Überprüfen Sie das SIM-Kartenfach. Nehmen Sie Ihre SIM-Karte aus dem SIM-Fach und legen Sie die SIM-Karte dann wieder ein. Es besteht die Möglichkeit, dass ein physisches Problem mit Ihrem SIM-Kartenfach vorliegt. Achten Sie beim Entfernen des SIM-Fachs Ihres Geräts darauf, dass es nicht verbogen oder gebrochen ist. Sie sollten auch darauf achten, dass es im vollständig eingesteckten Zustand auf Ihrem iPhone positioniert ist. Wenn Sie das SIM-Fach eines anderen iPhone-Modells verwenden, kann dies der Grund dafür sein, dass Ihr Gerät Ihre SIM-Karte nicht erkennt. Überprüfen Sie die Flüssigkeitsanzeige. Sie sollten im SIM-Fach-Steckplatz Ihres iPhones nachsehen. Suchen Sie im Inneren nach der kleinen weißen Flüssigkeitsanzeige. Wenn sich die Farbe der Lasche von weiß zu orange oder rot ändert, bedeutet dies, dass Ihr iPhone einen Flüssigkeitsschaden erlitten hat. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Ihr iPhone Ihre SIM-Karte nicht erkennt. Reinigen Sie Ihre SIM-Karte. Überprüfen Sie zunächst, ob Ihre SIM-Karte frei von Wasserflecken oder Kratzern ist. Wenn dies passiert, bedeutet das, dass Sie es ersetzen sollten. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte die richtige Größe für Ihr iPhone hat. Wenn Sie keine Kratzer oder Wasserflecken auf der SIM-Karte entdecken, reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Eventuell vorhandene Rückstände sollten Sie mit Druckluft aus dem SIM-Kartenfach entfernen. Bevor Sie die SIM-Karte wieder in Ihr iPhone einlegen, stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken ist. Testen Sie, ob Ihre SIM-Karte defekt ist. Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt haben und immer noch keine SIM-Fehlermeldungen erhalten, liegt das Problem möglicherweise an der Hardware Ihrer SIM-Karte. Um dies zu testen, legen Sie eine SIM-Karte von einem anderen Telefon ein, von dem Sie wissen, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn der SIM-Kartenfehler nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte in Ihr iPhone verschwindet, bedeutet dies, dass das Gerät die neue SIM-Karte erkennt. Daher liegt das Problem bei Ihrer SIM-Karte und nicht bei Ihrem Telefon. Sie müssen Ihre SIM-Karte ersetzen. Ersetzen Sie Ihre SIM-Karte. Wenn die SIM-Karte das Problem ist, ist es an der Zeit, sie auszutauschen. Sie können sich an Ihren Mobilfunkanbieter wenden. Um die Original-SIM-Karte auszutauschen. Werkseinstellungen wiederherstellen. Wenn Sie Ihr iPhone wiederherstellen, nutzt es die SIM-Karte, um sich selbst zu aktivieren. Wenn Ihr Gerät dies nicht kann, wird es unbrauchbar. Sie sollten Ihr iPhone nur dann wiederherstellen. Wenn Sie ein Ersatztelefon zur Verfügung haben, für den Fall, dass etwas schief geht, Stellen Sie vor der Wiederherstellung Ihres iPhones sicher, dass Sie ein Backup erstellen. Kontakt Apple Support Wenn alle oben genannten Schritte fehlschlagen und Sie weiterhin die Warnung, keine SIM-Karte, erhalten, sollten Sie sich an den Apple Support wenden. Besuchen Sie die Apple Support Website und sprechen Sie mit einem Apple-Berater. Sie können weitere Hilfe bei der Fehlerbehebung leisten. Wenn die oben genannten Gründe nicht der Grund dafür sind, dass Ihr iPhone Ihre SIM-Karte nicht erkennt, kann es an einem Defekt der SIM-Karte selbst liegen. Dazu müssen Sie sich eine neue SIM-Karte für Ihr iPhone besorgen. Können Sie Ihr iPhone ohne SIM-Karte verwenden? Denken Sie darüber nach, dass Ihr Kind ein Ersatz-iPhone ohne SIM-Karte verwenden soll? Sie können Ihr iPhone zwar verwenden, ohne eine SIM-Karte einzulegen. Dies bedeutet jedoch auch, dass Sie keine Verbindung zum Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters herstellen können. Dadurch können Sie Ihre drahtlosen Daten nicht über 4G oder 5G nutzen. Sie können auch keine Anrufe oder SMS empfangen oder tätigen. Abgesehen davon kann die Aktivierung und Einrichtung des Geräts etwas schwierig sein. Ist aber dennoch machbar. Hier ist wie. Aktivieren Sie Ihr iPhone mit der SIM-Karte einer anderen Person. Dies ist wahrscheinlich der einfachste Weg, Ihr iPhone zu aktivieren. Wenn Sie keine eigene SIM-Karte besitzen, können Sie sich die SIM-Karte einer anderen Person ausleihen und diese für die Dauer des Aktivierungsvorgangs verwenden. Mit iTunes aktivieren. Diese Methode kann effektiv sein, je nachdem, ob Ihr iPhone an ein bestimmtes Netzwerk gebunden ist oder nicht. Sie können die iTunes-Methode wählen, wenn Sie keine WLAN-Verbindung haben. Wie? Überprüfen Sie, ob Ihr iTunes auf dem neuesten Stand ist. Wenn Sie iTunes noch nicht haben, können Sie es kostenlos über die Website von Apple herunterladen. Jetzt haben Sie iTunes auf Ihrem Telefon installiert. Sie müssen Ihr iPhone an Ihren Computer anschließen. Wenn auf dem Bildschirm die Meldung, auf dem iPhone, das Sie aktivieren möchten, ist keine SIM-Karte installiert, erscheint, bedeutet dies, dass das Telefon an einen bestimmten Mobilfunkanbieter gebunden ist. In diesem Fall müssen Sie eine geeignete SIM-Karte zum Ausleihen finden, damit Sie Ihr iPhone aktivieren können. Wenn Ihr Telefon nicht vom Mobilfunkanbieter gesperrt ist, erhalten Sie in iTunes eine Aufforderung auf dem Bildschirm, die Ihnen erklärt, was Sie tun müssen und welche Details Sie ausfüllen müssen, um Ihr iPhone zu aktivieren. Folgen Sie einfach den Anweisungen. Nach der Aktivierung können Sie Ihr iPhone über WLAN nutzen. Aktivierung mit R-SIM, X-SIM Sie können zur Aktivierung Ihres iPhones auf eine R-SIM oder X-SIM zurückgreifen, anstatt eine physische SIM-Karte zu verwenden. Befolgen Sie die folgenden Schritte. Legen Sie eine R-SIM oder S-SIM in Ihr Telefon ein. Danach erscheint eine Liste der Netzwerkanbieter. Wählen Sie den gewünschten Mobilfunkanbieter aus und fahren Sie fort. Wenn der gewünschte Mobilfunkanbieter nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie den IMSI-Eintrag aus den verfügbaren Optionen aus. Geben Sie den siebenstelligen Carrier-Code ein. Sie können alle IMSI-Codes online nachschlagen. Nachdem Sie den richtigen Code eingegeben haben, wählen Sie aus den bereitgestellten Optionen Ihren iPhone-Modelltyp aus. Wählen Sie als nächstes Ihre bevorzugte Entsperrmethode. Warten Sie, bis das Gerät Ihre Anfrage verarbeitet hat. Und wählen Sie dann in der Setup-Eingabeaufforderung, Akzeptieren, aus. Dadurch wird Ihr iPhone neu gestartet. Aktivieren Sie die Notruffunktion. Dies ist möglicherweise keine bequeme Möglichkeit, Ihr iPhone zu aktivieren. Es gibt jedoch einige, die dieses Verfahren immer noch verwenden. Wenn Sie die Notruffunktion Ihres iPhones verwenden, wird der Anruf nicht tatsächlich verbunden. Hier sind die Schritte, wie Sie Ihr iPhone ohne SIM-Karte aktivieren. Indem Sie die Notrufnummer anrufen. Wenn auf Ihrem iPhone die Fehlermeldung, SIM-Karte ist nicht installiert, angezeigt wird. Suchen Sie nach der Option zum Tätigen eines Notrufs. Verwenden Sie die Nummer 112 oder 999 und drücken Sie nach dem Anruf die Ein-Aus-Taste. Um den Anruf zu trennen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Anruf abbrechen können. Wählen Sie es aus und Sie werden feststellen, dass Ihr iPhone aktiviert wurde. Jailbreken Sie Ihr iPhone. Sie können versuchen, Ihr iPhone zu jailbreken, wenn die oben genannten Methoden Ihr iPhone nicht aktivieren. Diese Methode lässt sich am besten auf einem alten iPhone durchführen. Das von Ihrem Mobilfunkanbieter gesperrt wurde, aber noch verwendet werden kann. Tatsächlich gibt es einige Telefone, die keine SIM-Karte verwenden. Diese Telefone verfügen anstelle einer SIM-Karte über eine elektronische Seriennummer. Die elektronische Seriennummer wird vom Telefonisten verfolgt. Dadurch müssen Sie keine Informationen auf der SIM-Karte speichern. Da der Mobilfunkanbieter über eine Liste aller in seinem Netzwerk verwendeten Telefone verfügt. Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wir uns in einem guten Video sehen.